umjubeltest du ohne Zukunftsperspektive. Damit hat niemand gerechnet, Nadja Glinske und Julia Großner gewinnen die Europameisterschaften im Bachvolleyball. Erst beförderten Nadja Glinske und Julia Großner die Golden Girls aus dem Emeritiert-Turnier, dann sicherte sich das deutsche Perspektiv-Team ohne Perspektive sensationell die europäische Krone im Bachvolleyball. Wenn uns das jemand vor der Emeritiert gesagt hätte, hätten wir ihn für verrückt erklärt, sagte die 21 Jahre alte Glinske. Durch den Lauf mit den Siegen gegen drei deutsche Teams hat sich einfach etwas Tolles entwickelt bei uns. Nach dem sensationellen Erfolg im Viertelfinale gegen die OlympiasiegerInnen und WeltmeisterInnen Laura Ludwig und Kire Walkenhorst, die 2015 und 2016 auch den Emeritiert-Titel gewonnen hatten, setzte sich das Überraschungsteam Glinske-Großen am Sonntag im Finale gegen die TschechInnen Kristina Kolokova und Michaela Kvapilova mit 2.1, 15.21, 21.17, 15.11, durch. Wir haben uns einfach immer besser gefühlt. Und mit dem Sieg gegen Kira und Laura haben wir daran geglaubt, dass wir jeden schlagen können, erklärte die überglückliche Glinske. Mitten im Emeritiert-Turnier im lettischen Jumala war bekannt geworden, dass die 29-jährige Abwehrspezialistin Großen abkommende Saison vom Deutschen Volleyballverband nicht mehr am Stützpunkt in Hamburg gefördert wird. Ihre sportliche Zukunft ist damit völlig offen, der Verband steht mit seinem zentralen System einmal mehr unglücklich da. Glinske soll mit einer neuen Partnerin im Hamburg weitermachen. Die Top-Gesetzten Chantal Aburö und Julius Hatte, die im Halbfinale an den TschechInnen gescheitert waren, bezwangen im Spiel um Platz 3 das polnische Team Kinga Kolosinska und Jagoda Gruszk-Zünska mit 2.1, 17.21, 26.24, 15.8. Dabei wehrte das schwäbische Team aus Stuttgart und Friedrichshafen drei Matchbälle ab und holte Bronze. Deutschland hat nun in der Geschichte der Bach-Europameisterschaften 22 Medaillen gewonnen und ist mit Abstand die erfolgreichste Nation. Erst im Oktober bei einem Lehrgang waren Glinske-Großner als Perspektiv-Dem ausgewählt worden. Ob es bei den Verantwortlichen nach dem Sensations-Titel nun ein Umdenken gibt, ist unklar. Das ist unklar.